einen wunderschönen guten tag meine lieben meine lieben abenteuer da draußen herzlich willkommen hier ist wieder euer andré und wir sind unterwegs mal wieder in drakensang online so los geht das und zwar der jagd auf geht hier weiter bitte folgt dem pfad wer so nett fragt dem folge ich dem pfad und so aktuell befinden wir uns sehr oft im wilden wald im wilden wald böser wald whatever wo sind wir da unten gut das so 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 der mensch jagt den drachen oder so 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 nice a bit so 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 beschreiben wir den alten rande in kings was du auf den vier petroglyphen bildern gesehen was petroglyphen bildern diesen namen habe ich auf jeden fall noch nie gehört so 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 die mich hier festhalten ich deute daraus der drache bedrohte die jagdgöttin doch ihre geschöpften gelang es durch den menschen ihn zu binden eine menschenfrau übte verrat indem sie den drachen befreite um dafür ein artefakt zu erhalten eines mit dem sie ataja fesselte die göttin der wilden jagd wurde also von menschen hand gefangen sollte sie befreit werden wird sie sich an der gesamten menschheit rächen du musst den schamanen finden und ihn töten um das ritual zu verhindern es gibt einen stab habe ich gesehen den schamanen so gleiche ecke wie gerade eben wieder durchzwängeln zwischen diesen tausend hunden ja 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 oh da hinten komplett durch das geht gar nicht machen die hunde ich habe leider nichts zum heilen dabei weil der andere sicher nie tränke mitnimmt deswegen hat er so die big problem komm lass mich doch durch dicker oh wie die mich nicht durchlassen hört doch auf ich bin gleich tot auf auf bei und ach sie mal klar ja k und starb gleich mal rein aber er wird nicht besser nein krass da ist sie die ist schon wieder so schwer einfach schlecht equipt wahrscheinlich ach so ein Mist so was kann ich machen sofort hier wieder am Ort deines Todes und schaffst du schaffst du schaffst du schaffst du komm 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 wow ok das war gut das war wirklich knapp ok jetzt müssen wir den ganzen Null da kratzt wieder zurück es wäre doch nicht so schlimm wenn ich sterbe aber dann würde ich sowieso im Dorf wiederbelebt werden als wenn ganz schön enge Wege da weiß man nicht ob man irgendwo an der Blume hängen bleibt oder was auch immer mal du hast die Machern ich glaube ich nehme das ich glaube ich nehme das mach doch mal jetzt ein Trickspferd Digga ach komm das war ein Fake Game das war ein Fake Game Digga hast du es gesehen ich habe dann auch voll Platz gehabt dann habe ich ein hier schon wieder ein Leggy bekommen dass ich so auf die dann so weißt du nicht weiter kann dann wieder vor den stehe ach man sowas hasse ich ja weißt du ich meine ganz ehrlich weißt du wie lange braucht der dann um das Pferd zu rufen Digga gehst du mir auf den Piss Digga ich schwinde da hinten du mach dein Dreckspferd jetzt ich weiß gar nicht wie oft sie jetzt noch rufen sollen ach ach spaßt oh noch mal durch ich glaube ich lasse mich lieber töten das gibt es nicht alter ja kommt jetzt ich glaube ich habe ein Six timestamp ich glaube ich glaube ich habe nichts ob ich was ich glaube ich habe So, wir haben es geschafft. Was für ein Irrer Run. Ah, ich wünsche dir, die Welt wüsste um die Gefahr, die du gebannt hast. Nur wenige haben den Mut, sich der Vergangenheit zu stellen. Doch die wilde Jagd wird nicht vergessen. Niemals aufgeben, mögest du sicher sein vor den Mächten dieser Welt. Vielen, vielen Dank. Und ich habe auch den Stab bekommen. Ist es der Stab? Ja, der macht doch mehr Schaden. Richtig gut. So, ist es derselbe? So, Klamotten gab es auch. Plus 10 kritischer Wert. Okay. War doch schon mal sehr, sehr blutreich heute. Meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann gibt dem Video noch ganz zart ein Like. Abonniert meinen Kanal. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Bis dann. Euer André. Und ciao.